Und damit ist Kryptokaufen sicher? Absolut. Weil es lizenziert und reguliert ist in Deutschland und die am März vier Millionen Kunden. So sicher, wie wir Rekordmeister sind. Dann sind die ja wie der FC Bayern unter den Krypto-Broken. Des müssen sie in der Werbung sagen. Jetzt einsteigen und Bitcoin kaufen beim Marktführer. Bitpanda. Der FC Bayern, das Krypto, da muss ich doch dabei sein. Ich halte die in Deutschland. Untertitelung des ZDF, 2020